Sieben Tage hat die Woche. Montag fängt die Woche an. Dienstag habe ich Tischendienst. Mittwoch ist mitten in der Woche. Donnerstag warten wir auf den Donner. Wusstet ihr, Mäuse, dass Donner entsteht, wenn kalte und warme Wolken aufeinanderstoßen? Freitag ist unser freier Tag. Samstags gucken wir das dann. Und sonntags genießen wir die Sonne. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt ihr, Mäuse. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.